aussteigen hallo und 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 reagiert nicht auf uns dann erst mal zurück zu den jenet schwubbel 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 von der von der von der von aussteigen So. Da, pam, pam, pam. Schneidwerk an, aus Na egal Wo packe ich das Gebiss hin? Vielleicht in die Garage? Das brauche ich ja so gut wie nie Die Autos fahren aber auch einen Affenzahn hier lang Kriege ich das hier rein? Na ja komm Runter absetzen Passt ja irgendwie So Dich parken wir hier, aussteigen Karte schauen Herzige Kürbissuppe Miststreuer Heuwagen Düngerstreuer Getreidehänger Steve Moment Was Was will Steve? Alter Getreidehänger Den kann ich mit dem Pickup nicht ziehen oder? Ich probier's Ich fahr mal Pickup zu Steve Pickup zu Steve Dach 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 Der müssen wir später hin. Oh, oh Gott, nicht die Schilder. Die sind hart. So, kleine Abkürzung. Triff Steve. Steve McQueen. Es gibt Kollegen. Geile Mütze. Ich habe einen alten Getreidehänger, den ich entbehren kann, wenn Sie mir helfen. Interessiert? Ja. Schön, das zu hören. Danke. Jetzt können Sie den Hänger nehmen. Er gehört Ihnen. Sicher. Ich mache das für den Hänger. Was soll ich nochmal machen? Triff Steve. Giles. Ich dachte, der hat eine Lanze in der Hand. Repariere das Gewächshaus. Okay. Okay. Alle wollen Sie so geil glänzende Gewächshäuser haben. So. Und dann noch ein bisschen Pullen. Fliegel. Schub, schub. Blitze blank. So kommen die Messer aus dem Schrank. Da fliegt schon wieder ein Drache. Es ist, weil der Winternat. Staffel 8 müsste jetzt gestartet sein. Ich hoffe, Staffel 8, Folge 1, Winterfell, aber jetzt noch nicht so viel Action, aber doch schon ein bisschen Handlung. Sooo, komm jetzt, werd fertig zu... Hm? Hm? Ah, hier. So, repariere die Scheune, willst du mich, wegen nem blöden Hänger. Na komm jetzt, noch ne kaputte Wand. Wie viele Wände denn noch? Und dann wahrscheinlich noch das ganze beschissene Dach. Pam. 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 Holz. 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 so machen wir innen weiter und dann aufs dach kratz kratz na los mist wobei ich kann ja hier erstmal aufs dach gehen komm du blöde scheune scheiße ok so pam 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 fertig da sieht auch alles gut aus oh gott steve steve so schön das zu hören danke jetzt können sie den Hänger nehmen er gehört ihnen ok wo ist der scheiß Hänger entschuldigung so bekomme ich den mit dem Pickup gezogen hm hat er hinten ich glaube früher hat es nicht geklappt oder so ach schade Beflexed. Okay, wir lassen mal ein Pick-up hier, falls es wieder Lieferaufträge gibt. Traktor. Fahrzeughändler, was? Wo ist mein Traktor? Grupper. Flug. Am Grupper müsste doch der Traktor hängen, oder? So, wo parken wir den Grupper denn mal? Gewächshaus. Runter, vor. Na, runter das Ding abkuppeln. Oh Gott, das wird ein langer Weg.